Hallo und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel. Wir sind hier im Multiplay, wie man wahrscheinlich unschwer sehen kann, allerdings im Foto-Modus. Und das wollen wir natürlich ändern. Wir wollen natürlich was schaffen. Beim letzten Mal sind wir zum Basenbau nicht wirklich gekommen, aber inzwischen haben wir ein bisschen was vorbereitet. Da hinten, da so, wenn ihr das seht. Und noch ein paar Dörrgestelle aufgestellt, aber zu dem Material, das kommt man dann später. Und dann wollen wir heute mal ein bisschen bauen. Wäre auf jeden Fall recht praktisch, denke ich mal. Und da ich das noch nie gemacht habe, würde ich sagen, gucke ich mir das doch erstmal hier flink an. Eine Bodenplatte. So. Wie nah muss das Gras bei mir stehen? Das finde ich jetzt heraus. Und wieso kann ich... Was? Nicht unterstützt? Ah ja, jetzt. Okay, das verschwindet im Platz. Finde ich jetzt nicht so schön, aber egal. Warum was mal dran? Na, komm. So. Kann man da irgendwie noch eine Treppe dran bauen? Das wäre ja cool. Wir gucken mal. Treppe. Das ist... Ist das... Stengelboden? Hm. Nö, das wollte ich jetzt nicht. Ich möchte eine Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Wo ist die Treppe? Hm. Haben wir denn überhaupt eine? Übrigens, hallo Marcel. Hallöchen. Ja. Vergessen habe ich dich nicht, nur ich bin hier schon wieder im Baumenü total versunken. Ach, die Treppe hast du schon. Ah, okay. Okay, okay, okay. So. Mal gucken, was haben wir denn hier noch alles? Ganz aufpassen, manchmal zeigt dir das an, dass es nicht geht. Ja. Geht nicht, weil es noch nicht richtig gesnappt ist quasi. Das heißt, du brauchst erstmal eine Erdung. Wenn du dann die ersten zwei Dinge gebaut hast, dann funktioniert es daran. Wie? Was? Guck mal hierher. Guck mal. Ja, warte. Drauf rumlaufen kann ich ja wahrscheinlich noch nicht. Nein. Und auf geht's. Oh, nein. Zu spät, zu spät. Ah, ah, ah. Jetzt kommst du da wieder nicht raus. Auf einem anderen Ufer. Ja. Hä? Kommst du mal ein Ufer? Blatt verwechselt. Uferwechseln, coole Sache. Ui. Wie du siehst, kannst du, hast du hier alles ausgekraut beim Bauen. Ja. So, wenn wir jetzt rüber... Blups, ja, ja, einmal mit Profis, ganz genau. Wenn wir jetzt rüberschwimmen, ist es auch hier, ist es grau. Warum ist das jetzt ja auch... Ah, ne, Moment, ich glaub, die Treppe ist jetzt... Das für dich grau, also für mich sieht das blau aus. Nee, nicht, dass, äh, nicht der Bruppett. Hm? Nicht der Bruppett, sondern, ähm, bauen, super bauen, abbrechen. Ach so. Ähm, ja. Aber hier ist alles... Jetzt weiß ich endlich, was du meinst mit grau. Okay. Ah, doch, hier jetzt... Hier wird's gehen. Wenn du jetzt weiterguckst, steht hier nicht unterstützt. Ja. Das heißt, du kannst die zweite nicht mit anfangen. Du musst quasi hier mit anfangen. Okay. Aber wir haben momentan keine Grasplatte in der Nähe. Das heißt, muss ich die etwa in der Hand haben, oder wie funktioniert das hier? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay. Na gut. Aber damit komme ich nicht rüber. Doch, kommst du. Wie denn? Du musst springen. Ja, ich komme doch gar nicht so weit. Ach doch, klar, natürlich. Ich kann ja laufen. Das war ja nur, wenn ich... Nein, blub. No. Echt? Das war ja nur, wenn ich irgendwelche Bauteile umstelle. Ah. Na, komm runter. So, alles wieder raus. Dann können die Leute das Wesen sehen, wie es gemacht wird. Ja, ja, ja. Ich bin da nicht so der Bauexperte. Entschuldigung. Da komme ich doch wieder nicht raus. Was hat mit springen mit Baum zu tun? Ja, Fisch hier, das Zeug mal raus, bitte. Ich bin voll. Dann leg doch ab. Na, komm. So, bitteschön. So. Gut, endlich. Hui. Hui. Ah, sehr schön. Tja, da klappt es auch mit den Nachbarn. Cool. Und. Pupp. Schön. So. Ähm. Wie viel braucht es noch? Vier. 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 Vier hast du. Ne, fünf habe ich jetzt. Jetzt einfach. So. Dann machen wir super bauen. Bling. Schon geht es weiter. Yes. Ja. Sehr schön. Ich war noch eine andere Variante. Du hast da hinten ja auch schon was angefangen. Ja, ich habe hier auch eine Brücke gebaut. Ja. Und so habe ich allerdings eine andere. Hm. Schade, das Material habe ich jetzt denn nicht in der Hand. Dann legen wir das mal weg. Okay. Die ganze Dots herbringen, die Grashalme. Weil hier habe ich ja noch was gefixt auf dem Blatt. Moment. Ich lege das hier erstmal kurz zur Seite. So. Ah. Das sieht ja lustig aus. Okay. Aber das Gerüst muss ich hier gleich noch umstellen. Das ist ein bisschen ungeschickt hier. Für die Brücke. Okay. Das reicht sowieso nicht, was ich hier habe. Hm. Äh. Kommt schon. Okay. Kleeblatt bereue ich auch noch vorher. Also muss ich immer alles komplett haben. Gut. Wir super bauen ja. Ja. Und sonst kannst du nur eins und einen füllen. Aber das haben wir ja jetzt. Wieso schleppst du eigentlich genau acht Dinger jetzt mit? Wenn du nur zwei brauchst. Ähm. Weil ich weiß ja nicht, was du da noch alles hingestellt hast. Das geht aber trotzdem nicht. Wieso geht das nicht? Weil du da falsch wirst. Du musst hier hin. Den zuerst. Achso. Das ist das, was ich meinte mit Erdung. Ja. Also der erste, der muss auch als erstes gebaut werden. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Weil ich habe dich schon wieder dann unter Wasser sehen. Ja, ja. So. Na also. Also ich finde das hier eigentlich, ehrlich gesagt, echt ein bisschen Hüpfler. Ja. Ist im Gerät angenehm. Okay. Dann lege ich aber die hier erstmal kurz zur Seite. Habe ich also doch nicht gebraucht. Trinken müsste ich auch langsam. Wie ich sehe. Ja, Marcel. Auch du musst mal trinken. Du stellst gerade eins um. Kann das sein? Ja. Alles klar. Sehe ich. Sehr gut. So, und hier kommt unser Fundamenten. Können wir hier schon rüber? Ja. Barrierefreie Ruhr gekommen. Sehr gut. Was bauen wir da hin? Fundament? Okay. Ich würde sagen, ein Fünf mal Fünf. Fünf mal Fünf. Ja, ein, zwei, drei, vier und Fünf. Ah, bitte schön in der Mitte. So, mal gucken. Was bauen wir denn hier hin? Ganz genau in der Mitte kriegen wir es jetzt hin. Ne, ne, kriegen wir schon hin. Jetzt bricht hier die Hektik aus bei mir. Ja, ganz ruhig. Ja, ich bin ja da. Jo, ja. Ich bin total beruhigt jetzt. Okay, hier habe ich also nur Wände und so weiter. Dach brauchen wir erstmal noch nicht, weil wir müssen erstmal den Boden machen. Gut. Wie gesagt, erstmal hier zurechtfinden. Ne, da will ich nicht hin. Ah, sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Was haben wir denn hier? Stängelboden. Nehme ich den Stängelboden? Ne, der ist nicht schick. Aber wo hast du jetzt hier diesen Klee-Dings her? Äh, das ist ein Dachteil. Ach, das ist ein Dachteil. Ach so. Interessant. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Man sagt das doch. Der sieht man auch, der ist heute Klee. Ja. Woher soll ich denn wissen, dass Klee nur fürs Dach ist? Oh ja, musst du ja nicht. Aber man sieht ja, ist das Klee. Also man sieht das Teil. Okay. Na gut, nehme ich mal als Hinweis hin. Ja, einfach nur gucken. Da komme ich da eigentlich auch so rüber? Ne. Gut. Mal gucken, ob das funktioniert. Hopp. Hopp. Lauf, lauf, lauf. So, und du kannst sogar theoretisch ein Türmchen bauen. Das ist gut. Da brauche ich ja die hierfür, ne? Und zack. Und zack. So als Bleistift machen. Damit du das siehst. Wenn man ein bisschen mehr mitnehmen, kann nicht schaden. Das ist jetzt damals. Ich will da hinten zusehen, dass wir vom Blatt zu Blatt kommen, ohne dass wir springen müssen. Ach so. Ja. Kannst du mal gucken, ob das funktioniert. Ich schau mal die Fundamente. Okay. Ah, das meinst du übereinander. Okay. Yay. Hui. Wa. Durch das Fundament beinahe eben den Spalt im Blatt nicht gesehen. So. Absicht, das ist alles. Absicht. Julio. Okay. Mal gucken, ob das geht. Nein, immer noch nicht. Hm. Das liegt halt irgendwie zu flach auf dem Boden. Mal gucken. Legen wir das hier mal ab. Zack. So. Wiederverwenden. Ja, würde ich sagen. Dann nehmen wir das mit X. X geht nicht. Doch jetzt. Ah, länger drücken alles nach. Gut. Und ich denke, es ist futsch. Hm. Nicht so schön. Äh, das ist nur die Hälfte oder so wieder aus. Ja. Auf jeden Fall gerade mal so das Klee im Prinzip. Ja. Gut. Ja, aber das sehen ja die Klee Sachen, weil Klee ist sehr on mass. Aber jetzt hast du das Fundament so hingestellt, dass wir hier nicht sauber mit einer Treppe hochkommen. Doch. Warum? Wie? Das wird ja nicht gerade. Warte, 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 warte. Ich will auch mal. Ja, ich will. Du kannst halt hier, genau. Ich will. Weg, da. Wusch. Wusch. Wusch dich. Na also. Hey. Wieso geht das nicht? Och man. Habe ich mir so schön gedacht. Das ist ja unschön. Hm. Nochmal so. Ich vermute, dann muss ich das zuerst dahin bauen. Genau. Das erste kommt hier hoch. Du musst aufpassen, damit du das hier oben nicht irgendwie ran setzt. Am besten nehmen wir da Hälfte. Wie? Ach so. Ich dachte, du bist das. Ah, einen halben Boden. Okay. Und da kriege ich jetzt auch eine Treppe dran. Ja. Liegt da eigentlich auch das dran? Ja, das geht auch. Dann machen wir das. Oh, cool. Das reicht nicht aus, wenn ich das hier in der Nähe habe. Oder? Na. Komm. Nee. Muss ich tatsächlich in der Hand haben? Na gut. Wenn das so ist. Aber dann. Jo. Dann brauchen wir das nicht. Nö. Ablegen. Und. Jetzt muss ich das erst bauen, damit ich es wieder entfernen kann. Das ist er. Nee, nee, nee. Da steht aber abbrechen. Ach so. Ey. Nice. Hat Klick gemacht, ne? Ja, nö. Klick nicht, aber es hat funktioniert. Weil ich hätte jetzt abgebrochen über Escape zum Beispiel. okay erst mal das hier wieder weg so nein nicht aufnehmen ja da muss ich ja mal sagen ihr voll nervös bin ich hier gerade diese bauen das erste mal und alle gucken zu nein so okay so was hast du da hinten eigentlich vor jetzt hier mit dem stapel mit einer palisade nein nicht palisade das da das war ja nur ein beispiel das kann theoretisch okay gut dann machen wir das theoretisch auch wieder weg und gleich alle weg alles klar okay das ist nicht sauber angebaut marcel das ist nicht sauber angebaut guck mal es ist schief das ist schief das ist nicht so schön das müssen wir korrigieren ja mal gucken was bauen wir denn jetzt hier so schön ist eine brücke hier wäre vielleicht auch ganz gut machen eine brücke die möchte ich da hinten haben der altbekannte weg ich würde aber sagen ja das ist beim bauen dann anders aussieht wenn es fertig ist weil er snap nirgends woanders an du kannst du aber drehen oder wo soll es denn hinteren ja weiß nicht am besten gerade das ist so oder so gerade ja bitte du kannst ja nur diagonal und auch wieder ein kraut stengel das funktioniert hier nicht mal wieder ja so eine baukamera wäre auch schön ganz ehrlich wie was das ist ja vielleicht unhandlich also echt kein wunder dass ich die ganze zeit gesträubt habe hier zu bauen na gut ja gerade noch geschafft sehr schön okay dann machen wir das glaube ich ja wir machen das so gut 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 und machen wir dahin und nur rein ich komme versuchen darüber zu laufen ich habe dich nicht verstanden dass du es ja ja alles gut alles schick so ist die treppe wo ist die treppe da ist eine treppe nehmen wir grasen ja ganz haben wir ja auch da ja ja aha eben ging es jetzt geht es nicht mehr warum geht es jetzt nicht das hilft nicht das ja ach so dass daneben nach ärgerlich moment okay da komme ich jetzt sind nicht dran noch einmal hier rüber springen daneben das war so klar das war so klar okay dann versuchen wir es noch mal von hier aus und weg ich glaube das mache ich jetzt den ganzen tag weg ich das tue ich aber auch hier dann nimmt er doch wieder alles weg nein das gefällt mir auch nicht das mag ich so nicht wo war's da ne moment da das ist doch die besser die gebäude die mir gezeigt hast bei dir in der basis ja ich frage mich echt wie das gemacht hast er wird man ja wahnsinnig hier ich muss erst die anderen bauen dass das geht so nicht ist alles ein bisschen ja das sehe ich das sehe ich damit komme ich aber gar nicht rüber und kriegt bitte keinen schreck wenn du denn auf b drückt und die liste siehst wieso ok klicke erst mal wieder habe ich hole mir neue stänge weiter hinten komme ich doch gar nicht dran ich muss ja an der basis anfangen an der basis richtig ok dann hast du denn die basis deswegen heißt es ja auch base sozusagen war da sieht ja hier aus das ist ja unglaublich aber ich brauche unkraut das nutzt mir jetzt gar nichts und das hat auch schon weg gehackt ok dann gehe ich auch noch was trinken ein bisschen licht wäre auch nicht schlecht in der basis nennen wir es einfach lager lager ist besser und ein marienkäfer hole ich mir den marienkäfer ich hole mir die marienkäfer ich hole mir die rohne ist ja fast an der selben stelle wie beim letzten mal treibjagd 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 ich hau dich ich muss leider ich will das echt nicht so marienkäfer kopf war auf jeden fall auch mit dabei das ist doch schon mal schön so stengel da und aus mit der haxt und ab dafür einer geht noch noch einer gut das sind aber schön viele 78 und hier liegen noch ein städter dran vier fünf sechs stück linie noch nein 78 da hinten auch noch cool seine durst irgendwann verloren hier die uhr sagt es ist dunkel kann ich gerade nicht gucken oder das heißt ich könnte aber dann würde ich ja stehen bleiben aber ich will ja ankommen ich will ankommen hätte was noch voll verwüstet hier so kommt kommt hoffentlich habe ich jetzt ein kleiner tasche das wäre echt spitze ja scheint so jetzt ja aber nur für einmal ärgerlich ärgerlich einmal ablegen hier nein bitte sagt mir jetzt nicht du bist mit acht stänge ins wasser natürlich nicht nein ich weiß doch dass ich da nicht rüberkomme kleeblatt hast du ja wir haben wir gut verbraucht glaube ich wie viel habe ich jetzt in neuen da komme ich auch nicht weit mit ich muss auf jeden fall noch welche holen nein 10 habe ich noch sehen ja beziehungsweise 14 das könnte reichen schauen wir mal jetzt klaut damit die städte gibt es doch gar nicht gut dann warte da warte 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 also ist das stressig immer dieser stretch wieso dreh dich ja so war das nicht gedacht ja dann brauche ich auch kein dreieck hier ja ich habe mich gerade sowieso wieso weil ich darüber will ich will von ja dann kannst du einfach normales viel machen und dann einfach wie was was kann ich dann kannst du nur rechtwinklig bauen ja ich mag das schon das ist aber nicht schön also es gefällt mir nicht ganz ganz auch rund bauen aber du meinst so einen perfekten kreis und so ja da muss ich mich erst noch dran gewöhnen muss ich ganz klar sagen dann brauche ich heute da lang passiert aber schnell dass sich dann gewünscht ja dann hätte ich doch gleich ganz anders angefangen hier wird das gewusst also ich hätte theoretisch hätte ich mir aber hier eine treppe runter gebaut zum drücken gerade an das blatt dran macht das hier denn so so ok schon besser und ja ich behaupte mal ich hole noch mal stängel ja doch eigentlich schon wenn ich das machen ja doch jetzt nein 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 alles gut alles gut alles in ordnung hier rum erstmal das hier nein halt 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 das ist doch baumaterial unter umständen so hoppy rüber da sehr schön und gut dann haben wir noch ja dann müsst ihr jetzt von dort ausgehen super warum hier was denn ja ich hatte gerade ein klebert geworfen so ein trinkpäckchen wie geworfen ich bin da gerade in den trinken da wurde die da hauen er habe ich da irgendwie keine ahnung auf so ein ding drauf gewesen ja das schon ab war und jetzt stehe ich am trinkpäckchen ok das ist schon gar nicht so schlecht allerdings noch nicht das beste das hier noch mal weg kleeblätter haben wir noch welche sieht nicht so aus liegen ja vorne gut geklappt und aufpassen du könntest eventuell wegfliegen wegfliegt ja ich war hinten allerdings ein trinkpäckchen freiflug auch schön so dann hat man das doch gleich noch um hier was ich habe hier noch um nehmen wir noch was ich glaube pilze brauchen wir jetzt gerade noch nicht das lasse ich noch liegen also das pilz hacken die zwei auch noch 23 haben wir schon also habe ich jetzt in der tasche zurzeit sollte reichen 29 ok damit bin ich zufrieden auf geht's und eine reihe noch und dann können wir runter ja so ungefähr hat ich mir das jetzt auch gedacht weil besser ist das warte moment dach dach welches ist es das nee war das mittlere ok dann noch eine reihe daran ok dann eine troppe oder nehmen wir das dach das sieht doch eigentlich schöner aus sind wir mit klee bei ja wenn es denn ein was ich würde das jetzt hier runter machen ja aber überhaupt da jetzt sind wir denn schon weit genug und nöne ja doch doch echt sehr gut geht in die guten an tatsächlich sehr schön alles richtig gemacht die musst du jetzt machen aber ich glaube du brauchst noch ein paar stängel ich habe ja 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 das könnte aber auch bedeuten dass die spinne jetzt rüberkommen kann oder aber ich würde das zum laufen noch ein bisschen auf hübschen ja insgesamt gefällt mir das schon gar nicht so schlecht das geht also nicht was denn das war die vorhaben aha stützen wird zu bauen ja geht ohne gut kriege man eine palisade dran nein nicht reden nee nee so nicht ich will die unten dran haben machen heute da hin ja ja komm ob dich ja schon besser moment wo ist die treppe da kann man noch einen baum und das machen wir da nicht ich glaube da brauche ich noch eine treppe hin klar klar das sieht doch besser aus mach doch was ich möchte okay also umso dichter ich dran bin umso besser funktioniert gut probieren wir gleich noch mal ja und hier noch eine treppe dran und dann hier vielleicht noch ein eck rein bauen könnte das könnte sogar gut aussehen glaube ich ja die ecke moment habe ich die palisade so tief gesetzten da wollte ich doch allerdings war schon ein dachter noch im baum das kommt da wieder weg moment wirklich jetzt rechts ein dachter hier jetzt so gut ja das ist doch viel geschickter ach so ist es würde ich aber trotzdem da kriegst du das auch hier so dann hier so plus da ist er drin ich war es nicht habe ich gekriegt aber mit grün ich habe nicht geschoben ich muss trinken ich muss trinken ich muss wieder mal trinken nicht mehr fertig hier geht es nicht auf der seite jo hervorragend dann würde ich sagen der anfang ist gemacht dann bis zum nächsten mal ciao